Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Carbicast. Mein Name ist Jeroen von der Carb Specialist und in dieser Ausgabe von Mitte März informieren wir natürlich gerne über den aktuellen Stand unserer Seen. Und so wie ihr in Deutschland sagt, jetzt geht's los. Das stimmt genau zu dieser Woche. Der kalte Nord-Ost-Wind ist weg, der wurde weggedrückt von einem super Luftdruck. Luftdruck ging runter, Südwest-Wind, Regen, so mega Temperaturen gingen hoch und das hat sich auch gleich gezeigt in die Fangergebnisse. Nicht nur ein See, aber von vielen Seen bekommen wir diese Woche echt gute Fangberichte, so mega. Aber alles stimmt auch so, das natürlich im Hinterkopf. Anzufangen bei Fulis Lake. Fulis ist eigentlich fast in jeder Carbicast dabei, jeder Carbicast. Der See entwickelt sich nur weiter und weiter. Die jungen Fische, die wachsen wie verrückt. Konstant der Besitzer macht einen super Job. Und diese Woche ist ein Stammgast von uns da, Gregor. Im Moment von Aufnehmen ist es Mittwoch. Und der Stand war gestern schon bei 25 Fische seit Samstag. Bedenkt wirklich nicht, oder denkt wirklich nicht, dass Fulis Lake ein Running Lake ist. 25 Fische ist absolut ein mega Ergebnis. Bisher könnte er die Session toppen mit einem neuen See-Rekord von 32 Kilo. Ein Schuppi, der letzten Winter auf 30 Kilo saß und ist jetzt schon weiter gewachsen bis auf 32. So, ja, das verspricht eigentlich ganz viel für die Zukunft. Und auch die anderen Fische, die wachsen eigentlich immer ständig weiter und weiter. Es sind junge Fische. Der See ist voll mit Nahrung. Er hat keine komischen Sachen gemacht, bezüglich Futterprogramme oder irgendwas. Die Fische, die wachsen von alleine so weiter, weil der See ohne Ende Nahrung hat. Und ja, so wie der Schuppi jetzt auf 32 sitzt, er ist lang, jung, gesunde Fisch. Ja, ich schätze so, wenn wir Oktober gehen, dann ist es locker 33, vielleicht schon 34 Kilo. Ist glücklich nicht der einzigste große Fisch im See. Gregor hat noch ein paar wunderbare Exemplare gefangen. Fulis, Kois, dicke Spiegler, so, ja, eigentlich alle Kategorien kamen vorbei. So, ja, wenn ihr Interesse habt an Fulis Lake und auch sehr gute sehen, die Winterperiode. Ja, checkt dann einfach der Kalender. Ja, selektiert einfach, was hier, was so die Wünschtermin ist, Wünschstelle und dann ist die Stelle safe. Bei Beratung stehen wir natürlich immer gerne zur Verfügung. Aber das ist ja auch logisch. Neben Fulis Lake ist die Saison auch angefangen am beliebten Etang de Galois. Da sind schon einige Stammgäste unterwegs diese Woche, wo unter Klaus und Stefan, die sind eigentlich sehr oft da, die erste Woche vom Saison da. Auch immer mit Erfolg, wie der Klassiker macht, beide Herren. Und ja, da kommen auch gute Fische schon raus, schon wie erwartet. Mein Galois ist bekannt bei vielen. Mega Fischbestand. Nicht nur schöne Fische, aber auch extrem große Fische. Bis weit über 35 Kilo. Für diese Saison sind noch welche Plätze verfügbar, sowie auch für nächstes Jahr. Und ja, es wird bestimmt nicht lange dauern, bevor ein oder andere Topfisch wieder vor die Kamera kommt an Galois. So, stay tuned auf unserer Website und da kommen natürlich alle aktuellen Fangergebnisse vorbei. Oh ja, fast vergessen. Zum Etang de Galois gibt es gute Nachrichten für die Angler, die gebucht haben, aber nicht so auf Welse stehen. So wie jeder weiß, nahmen die Fänger von von die Albino Welse immer mehr zu über die letzten paar Jahre. Glücklich haben Lulu und Christoph sich entschieden, die Welse abzufischen. So, während der Saison werden die Welse gut wie möglich abgefischt, damit es eigentlich so wie am Anfang war, eine Seltenheit, dass dann und wann ein rauskommt. Gute Nachrichten natürlich für uns Karpfenangler, die eigentlich stehen auf nur Karpfen und das bietet natürlich auch wieder mehr Raum für die Fische, für die normalen Karpfen, ihr Nahrung zu nehmen und macht natürlich auch etwas wenige Umstände auf deiner Futterstelle. So, ja, unserer Sicht sehr positive Nachrichten. Von Galois gehen wir weiter zu der etwas luxuriösen Angelei. Seen mit Unterkunft direkt am See. Einer davon ist Etang de Verse. Etang de Verse ist ein relativ kleiner See, fünf Hektar, mit luxuriösen Bungalow-Zelt direkt am Wasser. Und da ist diese Woche die Gruppe von Mark unterwegs. Die hätten eigentlich per Satz gebucht gehabt von der gleiche Besitzer. Aber da gab es durch Hochwasserstand Schaden. Glücklicherweise könnte die umgebucht worden auf Etang de Verse. Und das war glaube ich nicht von Nachteil. Aber gut, man weiß ja nicht, wie es läuft. Und Mark hat mir heute Morgen gemeldet. Er hat eine neue PB mit 30,6 Kilo. Wahnsinnig schönes Fisch. Halbseile oder fast Komplettseile. Und das ist jetzt der zweite 30 Kilo Fisch am Etang de Verse. Die Fische wachsen da weiter, so wie am Fulis Lake. Junge Fische, gesunde Fische. Der See ist total in guter Balance. Und das sieht man dann auch zurück an die Wachstum. Ja, außer der 30 Kilo Fisch, der echt wirklich traumhaft ist. Haben die noch einen 50 Pfunde, so 25 Kilo Fisch. 46 Pfunde, so 23 Kilo. Dann noch zwei von 42. Und dann noch welche 30 und 20 Pfunde. Und das erst Mitte der Woche. So, wirklich Wahnsinn. Wassertemperatur ist noch niedrig. Aber die Fische reagieren 100.000 Prozent auf den Südwestwind. Und die Nachttemperatur, der etwas höher geht. Luftdruck etwas runter. Und ja, so sieht man auch, dass es definitiv lohnt, im März schon im Urlaub zu fahren oder zum Fischen. Egal, ob es dann ein Urlaub ist oder normal. Wenn die Bedingungen gut sind, dann kann man überall seine Fische fangen. Die beiden Besitzer von Etang de Verse, die haben mehrere Seen, alle mit Unterkunft. Einer davon ist Grand Surf. Auch, ja, absolut 1a See für Familie, Urlaub oder für Urlaub mit Freunden. Aber mit Luxus. Relativ kleiner See, sehr ruhig gelegen. Aber mit super Unterkunft direkt am Wasser. Und da waren letzte Woche unsere Freunde Christian, Ewald und Thomas, die waren da für eine Woche. Und die hatten am Anfang relativ schwierig. Da war durch der kalte Wind hoche Luftdruck. Aber dann seit Mittwoch hat es sich geändert. Und dann hätten die am Ende der Woche doch noch 16 oder 17 Fische. Aber einige traumhafte Exemplare dabei, worunter ein 25 Kilo Plus Schuppi vor Thomas. Davon gibt es einen Artikel auf der Website. Klickt mal hier unter auf den Link. Und da bekommt ihr alle Tipps und Tricks mit von Thomas und von Christian und Ewald, wie die dort ihre Fische gefangen haben. So, alles zusammen. Ein mega Saisonstart. Wir sind ja eigentlich sehr glücklich, dass so viele Angler schon ein Traumsession erleben könnten. Das ist natürlich der Hauptsache oder Hauptziel von Angerurlaub. Und klar, das Wetter muss mitspielen. Aber wir sind davon überzeugt, dass die kommenden Wochen noch mehr wie genug schöne Fängergebnisse vorbeikommen. Selber fahren wir kommenden Samstag zum Lactefine, zum Alberts Lake. Da werden wir auch einen Videodreh machen mit Wilhelm Quinten. So, ja, bleib auf dem Laufende. Wir werden darüber berichten und hoffentlich mit einem oder anderen schönen Fisch. Wir wünschen alles Gute, wenn es draußen geht zum Fischen. Einen guten Fang und gerne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.